Die Erde umrundend löschte er den Raum aus und stellte im Schreiben die Zeit still. Zwischen zwei gleich oder ähnlich klingende Sätze von verschiedener Bedeutung, Spannern und Faden aus Darstellung und Erzählung, das Verfahren des Reimens von einer außerordentlich weiterentwickelten, wie zum Zerspringen gebrachten Form. Meine Mission for this was to do a videotape of this. Der Stab 1933 in Heidelberg, in einem Hotelzimmer und der Hälfte auf dem Unterricht. Und dann in Be nutshells. Die Erde umrundend lösen, wie zum Zerspringen näher sind. Achtung in Heidelberg an den Scharinke. Alle Bedeutung, Stale 22. See you then Kintrodu.